Au! Starten! Wie geil, Alter. Gegen Giftspritze. 60 Minuten lang Immun gegen Gift. 60 Minuten lang? Ja. Einmal die Sushiplatte für 5 Personen, bitte. Möchten Sie auf die anderen 4 Gäste fahren? Wachen nicht. Ja, Mann. Freitag wird hammerhart. Weißt du, warum? Soll ich es dir erklären? Nein. Du musst uns erklären, Junge! Pass auf. Erst bin ich arbeiten. Das ist scheiße. Dann fahr ich von der Arbeit nach Hause. Dann lade ich den PC hier ein. Dann lade ich den PC hier ein. Nee, ich lade den einfach morgens schon ein. Dann fährst du direkt durch, wa? Ich fahr direkt von der Arbeit durch. Ich hole dich ab, dann fahr ich zu Elias. Dann liefere ich ihm seinen PC ab. Und dann ist er happy, 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 happy. Dann fahren wir weiter und gehen essen. Gehen wir essen und dann zu dir. Und dann Outlast 2 und Patrick. Yes. Wird geil. Wird geil. Freu mich wieder drauf. Wir hatten zu amüsieren, wenn du dich erschreckst. Maria hat eben auch schon gesagt, wenn sie Zeit hat von der Schicht her, dann kommt sie auch vorbei, Freitagabend. Ja, kann sie machen. Ja, zumindest mal Hallo sagen. Hallo. Warum nicht? Ja. Ich bin der verrückte Spaß am anderen Ende der Leitung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Verrückte mich weg. Hast du jetzt gesagt? Ja, ja, ja. Dann müssen wir noch planen, wann wir Outlast hochladen. Ja. Und dieses Tabellenprogramm, gibt es das auch fürs Handy? Ähm, du meinst von LibreOffice? Nee. Nee? Schade. Du müsstest dann auf Microsoft Office umsteigen, aber gegebenenfalls kann ich das ja über meinen Account machen, weil ich kann ja glaube ich bis zu fünf Personen mit Office ausstatten. Also sprich, auch Handys. Das ist fett. Nee, weil ich habe mir überlegt, halt irgendwie so zu machen, dass ich dann die Tabelle hier auf dem PC bearbeite und dann habe ich die auch aktuell auf dem Handy. Ja. Das habe ich mir angedeicht. Ja. Wenn ich dann, wie zum Beispiel ich bin bei dir, dann sagen kann, okay, alles gleich, ich gucke mal ganz kurz in meinen Plan und dann war das schon machen. Ja, das ist ganz einfach. Ähm, dieses Office-Konto, was ich dir da einrichten kann über meinen Account, ich meine zumindest, dass das geht. Ja. Ähm, ich habe ja Office 365, das heißt, ich habe ja ein sogenanntes OneDrive, sowas wie ein iCloud, ne? Ja. Und das ist ein Terabyte Speicher. So. Und wenn du da ein Dokument drin hast, kannst du das vom PC aus, vom Handy aus, vom Tablet aus, von einem gehackten Bankautomaten aus, scheißegal, kannst du es öffnen. Krass. Deswegen, äh, müssen wir uns damit mal befassen, ob wir das vielleicht so machen. Können wir machen. Okay, von unten kommt ein Team auf jeden Fall, also von Wolfskopf, müssen wir aufpassen. Ja. Ich würde tatsächlich den Hinweis dort sammeln und dann, ähm, warten dort. Okay. Achso, und wir müssen aufpassen, von Nord-West könnte ein Team kommen. Ich habe eine Löschpistola dabei. Oh, dann ist es nicht so nice. Warum nicht? Leute, ich habe den Hinweis unter seinen Füßen. Wie egal ist das? Oh, das eine Vieh ist hier. Echt? Ja. Okay, dann warten wir hier irgendwo. So will ich den Hinweis rum. so ich hätte den ausgang hier perfekt im blick von osten nordosten höre schüsse bärenfalle hat sich hier hinten eine bärenfalle wo ich jetzt bin ja so 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 Das war Südosten, relativ nah. Ja, das Pferd. Ja. 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 Das ist lang gelaufen. Ja. Ich muss nachladen. Ich glaube, die größte. Ist jetzt hier. Es kommen weitere Spieler. Ja, bei mir. Da ist das GIF noch wirksam. Ja. Wenn das GIF nicht mehr wirksam ist, dann muss ich halt schon mal einen. Wieder ein Toter. Hier. Hier. Hier ist noch einer. Ja. Mach dich bereit. Ja. 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 Pass auf, die können auch hinter dir kommen. Tot. Ja. Ja. Geheiß ich weg. Ja. 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 Kriegt man, wenn man Jäger durchsucht, äh, Muni? Nein. Nein. nicht, scheiße. Ja. 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 Dann sind es schon sechs. Sehr schön. Alle gelootet, alle gelootet, alle geloot? Naja, noch nicht, ich muss den jetzt hier noch looten. Haben wir echt alle sechs Jäger getötet, alle? Ja. Sehr nice. das ist natürlich jetzt die frage erwarten sechs jäger mit uns sind es acht heißt theoretisch sind noch vier spiele übrig ja so hier habe ich dicht gemacht mit zwei fallen als ich bin giftresistent ne bin ich nicht so jetzt mache ich das jetzt bin ich giftresistent ja funktioniert alter wo ist denn der jäger ich hab die doch aus dem leben geballert oder wurde die dann wiederbelebt kann das sein könnte ich mir vorstellen aber da hier sechs spieler liegen würde ich sagen passt das trotzdem nee wo denn sechs dann sind es doch nur fünf eins zwei drei vier fünf ja dann ist das die sechste gewesen die ich mitgerechnet hatte aber vielleicht war das eine von den beiden hier was kann die gewesen sein so sah die aus ja ich würde erstmal noch ein bisschen warten tatsächlich fünf jäger dauern ich brauche wohl muni war ich würde sagen lauf da mal schnell rein 1 2 3 4 da haben wir noch irgendwo ein übersehen nee das war dann tatsächlich also diese die ich als sechste gerechnet hatte war die da hinten scheiße das musik hat keine munition mehr oder dann gehen wir schnell rein und gut um die kiste warte ja südosten ja südosten ja Gibt es hier weg? Ja Was hatte die denn für eine kleine Waffe dabei, hier die Genie? Keine, anscheinend Hier liegt lange Munition Ah, die kann ich gebrauchen, ja Cold Rail Conversion, das ist die, die ich abgelegt hatte Ich habe wohl gerade schon wieder ein scheiß Pferd gehört, wa? Ja, von Südosten, ne? Ja Scheiß drauf, holen wir schnell die Muni Ja Okay, zweimal lange Munition angesammelt Mittlere Munition kann ich nicht gebrauchen War ich das jetzt? Ich glaube schon Liegt in das Pferd Hier Aber ich glaube, das war tatsächlich ich Nee, ich glaube, weil ich gerannt bin So, ich habe drei Schuss fürs Nagant Und drei im Uppercut Das ist sehr, sehr schlecht, leider Ja gut, nach der Schlacht hier Das ist sehr schade Das ist sehr schade, dass ich die drei aus dem Uppercut nicht entladen kann Weil die könnte ich in meinen Mousinen packen Uppercut, was ist Uppercut? Ja, ein Revolver, der die langen Munitionen verschießt Was ist das denn für ein Revolver? Äh, der Coldwell Conversion Uppercut Falls du übrigens ein bisschen was noch mit Muni brauchst Hier liegt noch ein voller Revolver mit, ähm Deiner Munition, der Kettenrevolver Den habe ich jetzt mal Ja, aber ich bin gerade mit dem Schallgedämpften sehr zufrieden Ja Richtung Osten wird stark geschossen, aber das ist echt weit weg Ja, ich gehe mal davon aus, entweder Getreidemülle oder Gefängnis ist das andere Vieh Das wird sich auf Wefersauen oder Holzverarbeitung Ja Ich weiß es auch noch mal Wenn du möchtest Ja, wir anfangen Ja Warte mal Ich höre mal da hinten, dass, äh, die Nahkampfwaffe Machst du den Aufpasser? Kann ich machen Okay Hat der jetzt die Waffe aufgehauen oder nicht? Ey, wenn du, äh, die Waffe aufhebst und quasi wieder mit deinem Ausrad hin und her scrollst, dann lässt er die fallen So, lass hier offen und gib mir Deckung, ja? Ja Was war ich? Boah, ich hab ein bisschen Angst, den Nahkampf zu gehen mit dem Fieber Au, ich brenne Raus, 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 raus Oh, Junge Okay, ich geb dem jetzt einfach mit, äh Blödes Mistvieh, Alter Ciao Also, wie möglich ist, äh? Ich bin nicht daran, dass, äh, zack, zack. Also, wie möglich ist, äh, zack, zack. raus ich bin schon yes okay oh oh Alter, wie hier alles brennt. Oh. Oh. Alter. Ja, ich hab ihn ja gleich. Ich mach das Magazin jetzt noch mal leer auf den, dann hol ich mir gleich die Gleichpistole noch mal in Neu mit voller Magazin. Vollem Magazin, meine ich. Dumm, Sau, Alter. Oh, Junge. Oh, lauf, 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 lauf. Mu, 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 mu. Ja. Alter. Chill in der fucking Bass, Alter. Tust du mir einen Gefallen, Lukas? Was denn? Kannst du bitte darüber in die Scheune gehen? Da. Alter. Ja. Ich glaub nämlich, wir kriegen jetzt Besuch. Ich brauch ein bisschen Deckung. Oh, ja, ich sollte nachladen. Ja, ich komm, ich komm rüber. Yes. Türe zu. So, und jetzt bitte erstmal gucken nach Fallen, bevor du den anfängst zu verbannen, weil ich habe keine dabei, diesmal. Gar nicht. Munition. Nochmal Munition. Also, tatsächlich hat nur einer die Meustadt Trophäe genommen und läuft jetzt nach oben zum Exagierungspunkt. Ich würde jetzt einfach mal anfangen zu verbannen und dann mal gucken, was passiert. Ja. Weil das ist wirklich nur einer, der sich verpisst und bis dahin die Meustadt Trophäe nicht genommen wird. Alter, doch mal hin. sowieso auf mich. Ja. Dann lass ich mich ja nicht hingehen. Ja. Oh, ich kann endlich ein paar Schuss nachladen mit dem Gewehr, ne? Das ist ziemlich geil, aber das hat zu wenig Munition. Da hast du eineinhalb Magazine, das war's. Ja, gut, ne? Dafür, dass du die Leute damit wegrotzen kannst, ne? Ja. Also, ich glaube, wenn Leute gut sind, können die damit vier Leute wegholen mit der Munition. Ja. So, der eine ist am Exagierungspunkt. Yes. Das war bestimmt einer der Partner von einem, der hier, weil es sind ja fünf. Würde ich mir gut vorstellen, ja. Oder ein Single. Oder ein Single. So, das heißt, das sind sechs, das sind acht, also potenziell wären es noch vier. Ja. Nach uns hier das gleiche und dann ab zum Mäuschler. Ja. Dann auch mal zur Schweinsform, zu einem der Exagierungspunkte. Oben sind nämlich zwei. Und auch gerade so easy einfach nach oben laufen. Also, ich glaube, dass hier nichts mehr ist, war. Das wär geil. Können wir eigentlich noch ein bisschen, äh... Können wir eigentlich noch ein bisschen Viecher farmen. Ah, wir müssen ja jetzt gleich durch die Petmap, also... Das lässt sich auf jeden Fall bewerkstelligen. Ab wann geht dieser fünf Minuten Countdown? Wenn wir jetzt aufgehoben haben oder wenn wir raus wären für die anderen? Wenn wir raus wären. Also, wenn alle, ähm, Dinge uns extrahiert sind. Dann geht der fünf Minuten Countdown? Ja. Ah, nice. Yes. Ich rolle eine Rune für unser Glück. Oh nein. Doch. Immer wenn du das gemacht hast, muss ich den Entlassungsprozess schreiben, dass ich weiß. Guck mal, wer das Vieh hab ich so hart weggemeuchelt, der hat an die Wand geschissen. Siehst du diese Flecken? Diese leuchtenden, klebrigen, hässlichen, schwarz-weißen Flecken? Ähm, ja, kenn ich. Das sieht man auch regelmäßig. Wir werden beschossen. Nein, nicht mal das. Alter, mach doch nicht so'n Scheuß! Nichts. Ja, go. Okay. Ich will aber noch schnell kontrollieren. Schön aufpassen wegen den Fallen hier, ne? So, eins, zwei, die liegen noch, jawoll. Au. Wow, dein Ernst? Nein. Alles safe. War schon so. Drei, vier, die liegen auch noch. Fünf liegt auch noch. So, sechs ist raus. Wir sind acht. Also, wie gesagt, potenziell vier. Gut. So, ich hab mich auch mal ne Sekunde umgeguckt. Nichts. Nice. Oh, go go, ne? Boah, die eine Moschner-Trophäe, ne? Wenn wir die auch noch kriegen. Ja. Dann ist das heiß. Wie wir die fünf Leute da weggeschnabuliert haben, Alter, das war schon ein geiles Gefecht. Das ist heftig gewesen, ja. Aber erstmal abzuwarten, um auf Menschenjagd zu gehen, das bringt's, ey. Ja. Ich glaub, wir wechseln jetzt ab sofort unsere Taktik, Alter. Late-Game-Spezialisten. Ja. Ich höre Hunde, ich habe Interesse. Ektische Ausordnung, Töte sieben im Nahkampf. Im Nahkampf? Ja, hau ab, ey. Hunde braten. Minus. Was. Ja, ist ein Fackel. Spaß. Alter, du bist tot. Verhalt dich auch so. Oh, ich geh doch so. Sehr, voll. ünkü das... Ich geh nicht. Warst du das mit den Vögeln? Ah, ich war noch gar nicht, okay. Die, eretik? Wohl. Weißt du mal, was ich dazu sage? Hast du das dann gemacht? Nein. Danke, Bastard, ne? Vorsicht, weg, 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 weg! Alter! Du hast ein Schwein. Du bist literally neben diesem Fass hergelaufen gerade, Alter. Was war das, Alter? Alter, ich glaube, ich habe einen Herzfehler. Da ist ein Emulator unterwegs, Alter. Ah, wie damals in Stalingrad. Was? Was? Liegt die eine Beute eigentlich immer noch? Ja. 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 Was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Sag du mal die Plattenspieler, die du eben an der Macht hast. Ich hab mal gerade einen Rundumblick gemacht, übrigens war nix. Können wir mal in das Gefängnis ströfen, bitte, ich brauch Munition. Ich hab gesagt, ich brauch Munition nicht, ich habe Munition. Chill. Das Zombie läuft mir direkt rein, Alter. Hier war nun mal die Kiste. Hier ist noch eine. Und da. Watt, 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 wo ist sie? Oh nein! Junge, Junge, Junge. Du hast den Bomben erschossen. Aber das Ding ist, ich bin tatsächlich resistent gegen das Gift. Die haben mir nur so ein Minimum an normalem Schaden gemacht. Das ist echt geil. So, wo ist die blöde Trophäe? Ein bisschen da lang. Nord-Ost, Nord-Ost. Ich seh nix. Sehr gut. Wie viele hast du noch? Drei. Du? Eine. Wann? Wann? Vielen Dank. So, ich hab wieder vier. Ich suche hier schnell mal nach Muni. Ja, das bräuchte ich. Hier. Danke. Hier, jetzt nochmal. Sehr geil. Hab jetzt nächste gefasht. Hier ist auch nochmal Muni. Oh. Ah, ist voll. Okay. Oh, hier sind zwei Humbas. Die würde ich gerne mitnehmen, wa? Whatever. Okay. Oh. Ah. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. scheißen weg ja ja lass uns nach oben laufen hier noch mal in die hütte gucken wegen muni ja es tut mir leid aber du musst leider schweigen bitte man nicht alle ich will auch mal die osin level so ja mach hier könnte noch muni sein kann ich waffen eigentlich auch hinwerfen rein theoretisch und hier ist spezial munition hier ist noch die insen ich will ein paar messer kills machen spiel messer level immer noch nichts um uns herum ja 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 oh ja da ist eine hübsche frau nice paar nahkampf kills hol ich mir jetzt noch spiel das messer hochleveln dass ich das große kriege ich habe kein messer mit oh So, 16 Minuten haben wir noch. Yes. Gut krank, aber es war. Wunderschöne Musik. Einfach nur wunderschön. Oh, oh nein! Was hast du denn jetzt wieder getan? Mich mit dem blöden Wumba angelegt, aus Versehen. Ich hab voll eine kassiert. Oh, er ist auf der Jagd nach mir. Die Heretik. Oh! 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 Bitteschön. Danke. jetzt in dem haus mein gott schon hunde ja wo ist denn hier muni alter ich komme jetzt wie nackt schorris aus der badewanne gejammt alter mit meinem messer zwischen den zähnen na was ist mit dir hier freund nichts schade enden kann man endlich abschlachten leider nicht ab zum extrahierungspunkt 13 minuten noch leveln man hat man mal die möglichkeit aber vielleicht kriegen wir den jäger jetzt so hochgezüchtet durch das bisschen hochleveln dass wir direkt pensionskasse zahlen können muss ich doch immer ist das fasst da bitte nicht alter lassen schwarm drin das ist richtig jetzt ich bin keiner der jemanden in die luft jagd mit einem verdammten fassen also was durch den anderen kameraden nämlich nicht an hallo au blöden missviecher alter tja gibt es hier noch irgendwo zombies schaut nicht mehr so aus ich gucke noch mal schnell bei goldener morgen aber da sind wir glaube ich eben schon durchgeraschen hier ist noch ein großer da ist noch ein normaler messer kill incoming ja super ich wurde gerade gerufen ok wir haben ja noch ein bisschen stelle ich erst mal in deckung irgendwo und dann passt das bringen wir uns wieder da yes ja 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 das es ist ich brauche so muss man sagen ist warte 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 messer 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 oh ja Wie geil das halt wäre, wenn wir jetzt tatsächlich den Jäger in Rente schicken können, wa? Ja, wenn ich erstmal dran traue. So gut, Kiste? Ja. Ich komme, ich komme. Ich sehe das Licht. Ja. Wir haben so hart aufgeräumt, diese Runde hier. Ich glaube, das ist bisher, was Jäger angeht, unsere beste Runde. Ja, wir kriegen mehr Punkte, wenn wir zusammen extrahieren. Denk dran, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, dann komm. Du musst noch achten. Ja, dann komm. 15, 14, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Siehste, passt doch. Boah, den habe ich noch schnell weg-eradicated, den Wasserteufel. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Das wird richtig gut. Oh, ja. Warte, schnell da, ich will sehen, wieviel ich es gibt. Okay. 6.100 und 6.700 6.700 geil da wird jetzt mal gespannt welches level erreicht Alter boah geil level 23 24 bei mir also wir könnten gleich einmal in eine Runde rein zwei Viecher töten wieder raus und zack 5-Jährige killed 87 oh geil das meinte wie geil wir den jetzt leveln können 23 Punkte voll geil die war gleiches level gleich halt kurzfassung so eine Stunde haben wir es haben wir es Amen.